Er hat gestern die Einschulung gehabt. Ich glaube, das ist der Lieben gestaucht. Das war der andere. Dann hat er einen kleinen Elfer geholt müssen. Und hat dann Sachen von Großen dort hinliefern müssen. Sondern ein anderer Kollege ist dann dort weiter mit dem Großen gefahren. Und dann ist er mit dem Kleinen wieder zurückgefahren. Und heute fährt er mit dem ganz Kleinen. Und der Andi hat gestern in der Arbeit angerufen und hat gesagt, ich brauche einen Job. Den hätten es am dritten Tag hintereinander nicht angerufen, dass er Arbeit hat. Also, ja. Wir haben es ja gesehen, wer da ist gestern ins Haus gestern. Und dann mit dem Andi. Naja. Das ist echt. In einem Tag hat es geheißen, es ist keine Arbeit. Im zweiten Tag haben sie mich angerufen. Und jetzt hat er sich gestern mal gemeldet. Vielen Dank für's. Vielen Dank für's. Vielen Dank. Vielen Dank.